Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Follow me around und zwar eigentlich nicht von mir, sondern ich habe mich heute Besuch. Die liebe Julia, die reitet nämlich heute den wilden Ruby. Der guckt auch schon ganz motiviert. Wir fangen jetzt mal an mit dem Fertigmachen und Putzen. Ja, die Dummy ist hier schon der Paparazzi. Wir legen mal los. So, jetzt wird hier noch Putzen noch schön. Machst du das auch ordentlich? Ruby sieht auch hochmotiviert aus. Hallo Julia, bereit jetzt Schritt den Ruby. Und jetzt noch mal die Frage, bist du aufgeregt? Ja. Mit dem wilden Hasen hier. Ich komme mir vor wie ein Kind vor ihrer ersten Reinstunde. Ach, das wird schon. Ja. Dann viel Spaß. Danke. Die Chrissy hilft mir. Und wer ist denn die Chrissy? Ja. Wer ist denn die Chrissy? So motiviert ist er. Das ist eine Schiecke. Es ist eine Schiecke. Er glaubt, die Julia ist ein bisschen fertig, unser Rubi auch, Haas im Haus, wir müssen ein bisschen geschwitzt. Ich bin noch nicht bereit für ein Interview. Julia kriegt keine Luft mehr, Mori. Die Trense habe ich tatsächlich jetzt schon neun Jahre oder so. Ich brauche dringend eine neue. Guck mal, Julia, bist du jetzt bereit, so etwas zu sagen? Mir tut es fertig extrem leid. Der hat das ganz toll gemacht. Der war wirklich sehr, sehr geduldig mit mir. Ich danke ihm da auch sehr für. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Aber es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich zu sein. Ihr habt das gut gemacht. Ihr habt das beide sehr gut gemacht. Hallo. Hey. Julia ist nämlich zu Gast in Hessen. Und ja, zu dem Thema haben wir, das glaube ich mir, beziehungsweise habe ich mir vorhin eingereiht, etwas Lustiges ausgedacht. Was jetzt eigentlich mal nicht so mit dem Reitsport zu tun hat, sondern wir machen heute mit der Julia einen Kessendialekt-Test. Weil Julia meint immer, sie versteht uns nicht. Krass! Kennt ihr das? Was ist das? Das ist ein kleiner Hai. Großer Hai. Kennt ihr das nicht? Wir haben jetzt Sonntagmittag. Oh, danke. Wir sind jetzt bei der Dummy am Stall. Weil die Dummy fährt mich gleich aufs Turnier. Und Julia und ich, Julia ist ein bisschen inkognito unterwegs. Wir begleiten sie heute. Wird bestimmt lustig. Jetzt sagen wir erst mal. Hier Miro, hallo. Hier Miro, du guckst total begeistert. Julia, der Boden ist Lava. Scheiße. Sie sind Dona undудь Zufklopfläts. Sie sind Forever下. Die Dummyllo, der Boden ist ein bisschen kein Bornea zu tun haben. Sie sehen uns kurz da. Verschluss. Ich muss genau rein einsaching吸叡. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020